Wäre es nicht schön, wenn wir wieder ganz wir selbst sein könnten? Wenn wir die Schönheit unserer Umgebung täglich neu entdecken und uns von der Kraft und der Reinheit der Natur berühren lassen. Einfach eintauchen, entspannen und genießen. Und was wäre, wenn wir da arbeiten könnten, wo wir am liebsten sind? Wo wir jeden neuen Tag so strahlend willkommen heißen, wie unsere Gäste? Was wäre, wenn wir Freiräume nutzen könnten, um täglich neue Inspiration zu schöpfen? Für regionale Gaumenfreuden, die von Herzen kommen? Wäre es nicht schön, wenn wir unsere Natürlichkeit und Herzlichkeit zum Beruf machen könnten? Wenn wir gemeinsam immer alles geben, damit alle es schön haben und sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Wäre es nicht schön, wenn wir unsere Gäste willkommen heißen und umsorgen würden? So ehrlich, ungestellt und echt, wie wir es mit unseren Freunden und Familien tun? Und wäre es nicht schön, unsere regionale Verbundenheit, unsere Freude am aktiven Miteinander und unsere Liebe zum Detail als Essenz von Natürlichkeit an einem Ort des Wohlfühlens zusammenzuführen? Dieser Ort ist hier. Dieser Ort sind wir. Denn wir sind eins. Kommt zu uns ins Team. Kommt zu uns ins Team. Kommt zu uns? Kommt zu uns. Wir sind jetzt. Kommt zu uns. Vielen Dank.